Hallo zusammen! Es geht heute um ein Thema, das eher weniger der Technik zugehört, aber dennoch sehr wichtig ist, und zwar die Beleuchtung. So, dann schauen wir uns mal die Beleuchtung ein wenig näher an. Also, was haben wir hier? Wir haben hier eine Lampe hier vorne für das vordere Licht und wir haben hier eine Lampe für hinten das Licht. Das ist so die gängige Beleuchtung in der modernen Zeit. In der älteren Zeit der Rennräder gab es mal die Zeit, wo es noch Dynamos gab, die vom Vorderrad angetrieben worden sind und wo hier vorne eine Lampe war, die dann aufleuchtete, wenn man den Dynamo dann an das Vorderrad angelegt hat. Aber diese Zeit ist schon länger vorbei und jetzt ist es so mit der Beleuchtung, dass wir hier halt eben zwei Lampen am Rad haben und zwar, wie gesagt, hier vorne eine und hier hinten eine. Und diese Beleuchtung, die wir hier haben, ist noch relativ günstig. Das geht noch viel, viel, viel besser, aber wenn man halt wenig Geld hat, dann muss man halt eben günstigere Sachen kaufen. Und so ist das halt eben. Aber diese Lampen tun wunderbar ihren Dienst. Man kann es natürlich jetzt kaum sehen, hier vorne, aber hier hinten kann man es schon ein bisschen mehr sehen. Das ist völlig ausreichend für die Dunkelheit und ja, das ist also die gängige Beleuchtung für ein Rennrad. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, schreibt mir in die Kommentare, gebt mir ein Like, reicht meinen Kanal weiter. Vielen Dank, bis dahin, ciao.